Mann, die Master hat Highgrounds. Was ist los, Digga? Digga, Master rate mich mal nicht, Bruder. Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Heute gibt es zwei freshe Wins am Stück mit Carmo. Und dann seht ihr auch am Ende, wie ich noch ein Bauduell in der Spielwiese gegen ihn gemacht habe. Und ich will nicht sagen, aber es ist sehr, sehr knapp geworden. Und das, obwohl es Carmo war, Leute. Ich finde das Video wieder mal richtig cool geworden. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Lasst ein Like, abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt würde ich sagen, let's get it. Für was steht LRF in Carmos Namen für Lass Fotzen reden, Digga? Kauf meinen Merch, Leute. Guck auf Twitter, da habe ich das Merch rausgehauen, Leute. Hast du Bock bei Stark den Star oder anderen TV-Shows außer Dartsware mitzumachen? Also erstmal habe ich voll Bock auf den nächsten Promi Dartsware. 5.1. Leute, support mich. Der Pokal, ihr seht ihn. Carmo, sieht man den Pokal gerade? Ja, man sieht ihn. Gut. Ich liebe es, dass man immer was anderes sagen kann, für was LRF steht, Digga. Das ist zu gut. Ich würde da so einen Gag draus machen an deiner Stelle. Ja, ist das schwer, Digga. Die Buchstaben sind nicht so geil. Da kann man nicht so gerne Sachen draus formen. Ist schon schwer, oder? LRF. Ich würde auch was einführen, was man daraus machen kann. Ich komme hier so für Glock Tower. Glock Tower. Glock Tower, ja, moin. Ach so, okay. Er hat ein Mad-Kit dabei, sagt absolut nichts. Oh. Ja, ähm, ich habe ein Mad-Kit dabei, Digga. Echt? Korrekt, Digga? Kann ich es haben? Ja, klar, Digga. Easy. Nice, Mann. Hier, bitteschön. Irgendwie machst du richtig Bock mit dir zu spielen, Digga. Bis es immer so zuvorkommt. Ja, normal, Digga. Du kennst mich doch. Jetzt liegt hier im Keller. Ja, mich schon wieder in den Keller locken. Hör auf, Digga. Immer das Gleiche. Aber du bringst es auch so oft irgendwie. Liebevolle, reiche Fotze für LRF. Reich stimmt, ja. Liebevoll stimmt nicht. Oh shit. Und Fotze? Hm, weiß ich noch nicht. Aha. Irgendwo sind hier Steps. Guck, komm, ich habe hier einen unlogischen Sniper-Hit kassiere. Hier ist ein Flieger für dich. Will ich den? Ach so, Digga. Meine Hände sind so feucht. Die Dach, dass ich mit dir im Keller war. Schass. Okay. Hier sind welche drin, ne? Ja, ich warte. Einen habe ich. Ach, oben drin oder was? Weiß nicht genau, wo. Unten. Scheiße, das ist ein Süßes, Digga. Hast du auch einen? Ja, ich habe einen. Hier liegt so viel Loot, Digga. Boah, Digga, was hier alles liegt. Eine schwere Schottie für dich, Digga. Weil ich eben das Medien nicht gegeben habe. Und hier sind Minis. Also diesen Raum wirst du mögen, hier. Korrekt. Oh, so. Ich habe jetzt eigentlich eine Falle laufen lassen. Ja, deswegen habe ich auch extra geguckt, Digga. Digga, das ist krass, dass du mir das zutraust. Ne, ich habe das halt gestern bei Dingen wie BCC Trojan gesehen. Deswegen. Das habe ich noch so im Hinterkopf gehabt. Ja, ich habe mich mit dem Ding geholt. Jetzt werden noch von Briggs oder wo kommt der andere her? Ne, der ist hier unter mir. Einer ist hier oben, irgendwie hat von hier oben geschossen. Ich will mal kurz gucken. Ja, so zwei Leute oben. Schmeckt. So, warte, hat einer von hier geschossen? Ja, so Leute, aim, wie gesagt, aim ist das einzige, was vorhanden ist. Aufgrund der COD-Herkunft. Okay. Ich habe so viele Dinge zu ver... Boah, wenn ich jetzt gestorben wäre, hätte ich jetzt so geschrien. Da oben war viel Loot, oder? Hast du Mats bekommen? Bisschen neue Gülden, schaut gar nicht, wenn du die willst. Ja, ja, ich habe ein bisschen Holz. Bisschen, okay. Willst du eine Tommy-Garn haben? Jo. Das gebe ich dir aber nicht. Okay. Wolltest du nicht Metz haben, oder so? Boah, Digga, alles klar. Krass. Die neue ist wahrscheinlich nicht so competitive, aber ich feiere die irgendwie trotzdem. Die neue? Die neue Shotgun. Achso, naja, die ist schon irgendwie nice. Oh, ich habe vorher über ein Mädchen geredet, Digga. Die neue ist nicht so competitive, aber irgendwie zocke ich die trotzdem. Oder feiere ich die trotzdem. Brüder spielt, dann gibt man halt einfach nach. Oh Gott, was ist das für... Guck mal her, Digga, die Chest, die glaubst du nicht. Komm bitte mal zum Park. Digga, stell mal vor, du machst die erste Chest auf und hast diesen Loot, Digga, in der ersten. Uh, schmackhaft, Digga. Noch ein Biggie sogar. Komm, hol dir die Scar, ich gebe sie dir. Ach, Digga, du verarschst mich so eh. Digga, als ob ich dir die Scar gebe in ihrem Leben. Eine blaue AR ist hier, wenn du Bock hast. Halt schneiden, Digga. Die sind an uns vorbeigecrossed. Hm, ich sehe es. Jetzt zieht er mich, jetzt zieht er mich. Digga, wie schnell er hochbaut, Digga. Habe ich angeschossen, nochmal angeschossen, er ist absolut one shot. Jetzt saß wieder komplett. Das war wieder lost. Ist, glaube ich, durchgezogen, Digga. Einer kommt hier drüben noch. Ja, das ist durchgezogen. Ist das lächerlich, Digga. Das ist noch einer, Digga. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Okay. Konzentriert, ich muss sein. Das hängst du ja nicht, der jetzt hochkommt und schießt mit der anderen drücken. Ich bin halt komplett lost. Der hat sich hier hochgebaut, Heiger und seinen Großvater geholt. Wo bist du? Du bist da unten. Einen habe ich. Digga, finish. Okay, hab den hier. Nice. Hast du meds oder so? Soll ich Medi nehmen? Wie, ich habe zwei Medis, ich habe zwei Medis. Okay, job kurz eins, weil da drin war auch nichts, wollte ich es gerade holen. Was machen wir danach? Ja, wir gehen, wie viel Messer hast du? Du hast echt nichts. Hier nimm ein bisschen was. Ich habe mir ein Metall gejobbt. Da liegt ja noch was neben uns. Ja, deswegen, ich will es noch holen. Okay, ein bisschen Holz, ich droppe dir was. Danke. Bissern das Skar, die hole ich mir. Ich glaube, der hat aufgegeben. Ich glaube, die sind weitergegangen wegen der Zone. Ich habe Browns-Pads noch. Okay. Dann stellen wir hier oben eins auf, dann kommen wir ein bisschen weiter. Welche Richtung? In Richtung, dringend sein, klar? Ja, einfach hier. Ach, ja, mein. Kannst du einfach drüberspringen? Ja, ja. Die laufen nach vorne am Fluss. Ja, ich seh's. Wir sind zu low, um die zu challengen, oder? Mhm. Ja, nee, vom Leben geht das ja wieder, aber Messer haben wir halt mega wenig. Mhm. Ja, wie früher da spielen, dann müssen wir die eh challengen. Wenn wir die Sprainer schaffen, ist vielleicht. Ja. Vielleicht sind die auch einfach Schlitt, Digga. Kann ja ausgehen. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein, ne? Die sind schnell. Ja, ja, wir schaffen es. Lass ja noch ein bisschen Messer fahren. Weißt du, womit ich immer am meisten Probleme habe? Bei COD hast du nur zwei Waffen. Und hier mit diesem, dass du hier mit den Waffen einfach durcheinander kommen kannst, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Ich mache Shortgun-Schuss und dann weiß ich, was ich drücken muss, um die nächstmögliche gute Waffe zu bekommen. Ja, das muss man sich irgendwie angewinnen. Manchmal bin ich auch so, dass ich halt mit, oh, sorry, Digga, dass ich manchmal mit einer Waffe schieße und dann baue und dann nicht mehr weiß, auf welche Waffe ich zuletzt war im Inventar. Das ist immer mein Problem. In der Vor- und Zweiten, die? Muss halt irgendwie immer unten reingucken ins Inventar, anders geht's nicht wirklich. Wer ist der beste Konsolenspieler für dich, also so ein Fortnite-Kamo? Ach komm, Digga, auf WC gibt's echt beste, oder? Nee, aber er hat Konsolenspieler geschrieben. Was zum? Ja, Digga, ich hatte, das ist auch, für mich hat das auch nichts mit Lutschen zu tun oder sonst was, falls es jetzt wieder jemand schreiben will, sondern für mich ist das ehrlich, ich habe mir so viele Streamer angeschaut und so, Digga. In Amerika ist ja zum Beispiel Konsolengame gar nicht so fang, habe ich so das Gefühl. Also da, für sich immer alle, sogar Scamp und so, spielen da ja oft, Digga. Naja, das ist krass, ne? Sogar die Konsolenspieler, die eigentlich auf Konsolenspieler, die eigentlich auf Konsolenspieler haltet sind, ich bin auch an PC. Das ist halt echt so. Ja, das ist schon krass, so eigentlich, guck mal wie viele große Konsolenspieler es gibt in Deutschland, in Fortnite, also wie die Dungeon-Fenzer, und dann in Amerika oder England. Gibt es fast niemanden außer Nikmux, Digga, ja, habe ich. Nikmux ist eigentlich fast der einzige, der wirklich richtig groß ist. Der ist auf dem Dach, aber ich wollte gerade sagen, ich habe da was gesehen. TGP wieder gelasert, ja, das ist so lächerlich. Ja, die ist noch einer, die sind mehrere. Ja, die sind da drüben, ja, das sind alle, die letzten vier, Digga, alle vier. Einen halber, ich höre noch neben mir Steps. Ja, ja, der war hier auch unter, er ist unter dir, warte. Kein Schild. Okay, nice. Die letzten beiden sind jetzt hier drüben. Also ich nehme kurz Medi, ja. Ja. Darf ich den letzten, bitte? Ja, okay. Bitte. Wo ist denn der? Warte, ich guck nochmal kurz, ob er weak ist. Doch, er müsste eigentlich weak sein, ich glaube. Wo ist denn der? Schieß einmal an. Er pustet hier hoch. Okay, jetzt hat er keinen Schild mehr. Ach, da ist er. Ich sehe ihn nicht mehr. Hier unten. Geht er jetzt in die Scheune? Lost. Okay, warte, 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 warte. Lol, die Sonne kommt. Achso, ich dachte, die Sonne hat hingeholt. Ja, Mann. Okay, ich gehe hier zu der Schatti. Ich finde immer die ersten Sekunden sind so sau schwierig sich so zu überlegen, wie man es eigentlich macht. Weißt du, man hört nicht alles direkt, man weiß nicht wo die alle herkommen. Also diese Orientierungssekunden. Hier kommt zu mir, ich habe ein Mini für dich. Und ich habe kurz diesen Typ hier. Hast du auch Minis? Na, ich habe nur einen Full Shield. Hast du? Ja, komm mal wieder hier auf der Seite. Und dann sind wir bei uns irgendwo. Über dir? Ja, jetzt hab ich. Aber dann ist er hier neben mir. Ja, das erste Stock irgendwo. So gechalkt gerade, krass. Mehr hätte ich nicht chalken können. Er macht den Boden kaputt, glaube ich. Er zieht durch. Was ist hier irgendwo, Digga? Wo ist der denn? Hier unten im LKW. Aber jetzt sind mehrere. Ich will jetzt nicht zu. Im Park. Park ist einer One-Shot. Ja, du kämpfst gegen einen anderen, ist gut. Okay, der Park ist zu down. Da ist One-Shot da oben. Da hinten ist auch noch einer, oder? Andersdor ist vor mir. Den habe ich anders nach oben. Du musst eigentlich noch Wixern da oben. Warte, wir kämpfen gegen Unterschiede. Hier ist das Problem gerade. Ich habe gerade auch noch zwei down gemacht. Hier beim Park. Ich habe keine Muni, das es echt beschissen hatte. Ja, der zieht durch. Kannst du nur kurz zu mir kommen, zum Park? Ja, ich versuch's. Okay, hab alle. Nice, Mann. Wir haben schon 8 kills. Einer gönnt sich gerade die Palettis bei der Baustelle. Der Schlingel. Okay, warte, ich muss kurz. Und einer ist Kurs vor mir. Ja, wir gewinnen eigentlich oft. Ich habe so ein schlechtes Loot, Tigger. Warte mal. Gegen wen kämpfst du? Den der auf der Baustelle da? Ja. Den habe ich auch bisschen weggemacht. Der geht hoch, er geht ganz hoch, er geht ganz hoch. Warte, warte, wo ist er? Hör mal auf da irgendwo. Der hat einen Kampf, der hat einen Kampf gegen zwei. Jumper zerstört. Leute, du hast mich so weiter geschossen, Digger. Einen habe ich von den beiden. Dann ist unten. Weil der wird angerettet. Weg für Weg. Ich werde von hinten angerettet. Sauber, Digger. Okay, ich bin ein bisschen im Struggle gerade. Ja, ich weiß noch, wo wir anders sind. Ich muss kurz hier Mini trinken. Und ich weiß auch noch, wo ein Fullsheet ist. Der lag da vorne. Da ganz hinten. Ich weiß nicht warum. Warte mal. Ich glaube, wir sind noch nicht alle tot, oder? Ja, das ist halt weggegangen. Ah doch, bei Taco. Ja, ja. Unter mir. Hier ist noch einer. Ja, die sind gerade auf meinem Dach, Digger. Den habe ich bei mir. Habe ich. Einer ist noch bei mir. Okay. Nicht sehen. One-Shot. Oder sehr weak. Nice. Gute Nacht. Digga, war es ein geiler Start. Ja. Okay, hier Bandos. Okay, warte mal. Wo sind die Bandos? Wo hast du den Vicky gesehen? Den hole ich mir jetzt einfach, Digger. Das ist ja Bandos-Kick. Ja, hole den einfach mal, Bruder. Mach ich dir auch, Digger. Digger, wie wäre es mit dem Keller? Ausflug? Das ist doch, Digger. Ich gebe mir überhaupt mal, Ladys. Dann können wir schon weitergehen. Es kann eigentlich eine ziemliche High-Kill-Round werden. Sag sowas nicht. Du weißt, ich kriege einen Hasen-Globen. Stimmt, die Werte steht immer noch, ne? Mit den 15 Kills. Ja, bis 2 Uhr. Oh shit. Deswegen transpiriere ich auch gerade stärker. Und weil es verdammt schwül ist, Alter. Ich finde schwül hört sich an, wie das Wort schwul. Ich bin nur schwul ausgesprochen. Ich schwül. Oh mein Gott. Ohne Wiss. Das, was du gerade gesagt hast, ne? Mhm. Die Worte wollte ich schon mein ganzes Leben lang finden für das Wortspiel. Ich habe auch gerade gesagt, ich habe es noch nie öffentlich rausgehauen. Hat es immer mehr gekauft. Ja, Mann, das ist halt einfach perfekt. Mann, Digger. Ist krass, wie wir uns ergänzen, Mann. Der Döner wird so gut. Digger, ich schwitze so heftig, Leute. Ich habe das Fenster ja sogar zugemacht. Das geht auch nicht mehr. Ich mache das jetzt wieder auf. Das läuft mit Ansäge, Digger. Ach, Matt geht es auch nicht schlecht. Kannst du ligern. Jo. Irgendeiner Slime von oben. Im Truck drin, ne? Ja, ich weiß, aber soll ich jetzt einfach reingehen? Ja, hol ihn, Digger. Er kann ja nicht durch den Truck snipen. Weil wenn er mich jetzt pusht, bin ich am Arsch. Ich pushe ihn, Digger. Ich pushe ihn jetzt schon? Ja, ja. Ist er alleine, oder was? Ich weiß nicht, er war alleine. Wollen wir jetzt auch direkt rausgehen aus dem Titel? Ja, ne? Ja, ja, wir müssen schon weitergehen. Warte mal. Wie die, die bloß hier runtergefahren sind. Okay. Weiß nicht, Digger, wovon wir hingehen. Wir können ja nochmal gucken, ob wir in die Sonne reinkommen, vielleicht. Von Greasy oder so. Rift. Mhm. Kann sein, dass man sich aus gewisser Entfernung gar nicht sieht? Ja, ne? Ich hab hingeguckt und hab nichts gesehen. Hier sind Pilze. Lass mich mal ein paar Pilze essen hier. Wir können ja hier nochmal gucken, ob noch jemand kommt. Digga, das weiß ich jetzt, warum du bist mit dem Springen. Mein zweiter kommt man durch Springen so gar nicht mehr weiter. Und so. Was ist mit Springen? Manchmal verlangsamt ein. Das ist übelst krass. Ne, also eher wenn du zu oft hintereinander spielst und einfach so springst du im Lauf. Dann nicht. Hey, unten war ne Falle, wenn ich da reingefallen wäre. Ich hätte so geschrien. Oh mein Gott. Anders von mir. Wenn der mich holt, ich bin ein Laufland, Digga. Hab ihn. Mein Teamate ist aber noch irgendwo wahrscheinlich. Kommt nur, wäre lustig. Ich hasse mein Leben. Rift benutzt. Na, Teamate, wo bist du? Wir müssen direkt... Hier, ich baue hier nen Bounce Pad hin, okay? Jo. Hier ist jemand. Das ist wahrscheinlich dein Team, ne? Das war's komplett. Ich war komplett überfordert grad. Das war so gesteilt, ja mein. Hat noch jemand auf den geschossen? Ne, ne. 10 Minis hat er einfach dabei. Ich war wie überfordert. Hier baut noch jemand. Oder bist du das? Das war ich, Bruder. Digga, ich bin überfordert grad. Ich hab Minis hier. Hier baut jemand. Hast du 2 Rockets noch? Ich hab 16 genau. Lama? Ach, Lama hat doch nicht gehalten. Da ärgere ich mich jetzt, dass ich in der Situation nicht nen kühleren Kopf bewahrt hab. Kühleren Cock. No mo mo. Okay. Wir sind doch Rift, oder? Guck mal, ah ne, die Zone mit... Ah doch, wir sind absolut Rift. Nein, Bruder. Wenn wir jetzt noch laufen, hier sind Rifts über easy. Da hast'n Rift, Digga. Ah, freuen wir uns auf dem Plan. Ehren Rifts. Okay, let's go. Rift macht das Spiel geiler. Ich find's auch geil. Ich finde Rift und Fahrzeuge gut. Richtig nice. Hätt' ich echt nicht gedacht, dass Fahrzeuge und so auch so gut in Fortnite ankommen können. Bei Fortnite hat's halt irgendwie wieder perfekt gemacht mit diesem Golfkarts. Irgendwie kein richtiges Fahrzeug. Man kann easy gehitted werden darin. Da drin. Und man ist irgendwie auch nicht zu schnell damit unterwegs. Ja. Ist einfach irgendwie so ne... Nah, Digga. Einfach so ne Fortnite-Art halt wieder. Die zwei Astronauten, die haben... Das ist unser Spitz. Unsere Crew heißt auch die zwei Astronauten. Wir erforschen in die Galaxie, Bruder. Ja, Mann. Was hält aus Karma im Rucksack? Weiß ich doch. Okay. Auf Dustin, ne? Jo. Da will jemand, glaub ich, nen Jagdbewerb kill passieren. Das hab' ich gar lang angefangen, auf ihn zu schießen und muss los. Scheiße. Der Typ ist so lost, darum. Hab ihn. Hehehehe. Ich liebe das. Wie gut du damit schießen kannst, ist echt nicht mehr lustig. Hier ist ein Biggie einfach, Digga. Ja, man muss aber in die Range finden. Hier unten ist auch ein Biggie. Der sieht richtig viel Bait aus, Digga. Hier oben ist auch ein Biggie. Ist jemand fertig? Ich hab den hier. So, Digga. Der andere zieht euch. Wo ist denn der andere? Hier unten. Hier unten. Och Digga der Baba hat dann seine Fresse Mach mal auf hier Ich will die Scar haben Mach du doch auf Achso du hattest noch keine Scar vorher Ne Achso du willst die haben Ne 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 scheiß drauf Das war deine Eier hat es auch grüne Ich hab 1000 Holz Wenn du brauchst Achso ok Jo ich würd's Obwohl hier liegt noch was Hier liegt noch 400 Ähm Wollst du mal die Biggies noch holen Ach stimmt Brauchst du hier grad ja ne Ok warte mal dahinten ist noch Jo Ich will meiner Dahinten ist ein Portofort gespawnt Können wir natürlich mal ein Jagdgewehr jetzt drauf haben Ok das war knapp Kriegst er zurück So warte mal ich muss jetzt den Biggie trinken Sonst krieg ich schlechte Laune Ok vielleicht soll ich erstmal so machen Jetzt trink ich halt Minis für Verbände Ja hätt ich echt machen sollen Ne jetzt soll ich weiter Ich hab irgendwas genommen Ok Sehr gut Müssen doch in die Sonne gleich Lass schonmal hier hochlaufen Woho Woll das denn mal pushen Tube die dann einfach Beim Stein sind die jetzt Sind die beide beim Stein? Ne Den einen hab ich nicht Einer ist am rechten Stein ne Der hilft da rum Ja das freut mich nicht Das Jagdgewehr man Komm Ey das gibt's nicht Den kannst du vielleicht snipen Den einen oben links Ganz oben Wofür ich gleich anfangen die zu tuben Ne Ich tube mal Die okay die gibt ja nochmal Hattel Auf dem Einer ist schon daun und an den hab den was genau unter dir soll ich habe ich runter geschossen hast du den hast du noch raketen du hast safe welche hier liegen auch bestimmt überall welche zwei leute sind das beiden auch bei mir ich bete ihn für dich aber frag erst schweigen wir drin ich habe ihn eingesperrt also jetzt läuft gerade gut wieder acht kills zwei runden am stück einfach ar shotgun tommy so zu sagen genau hier habe ich auch nichts dabei stein weg zu davon direkt ganz vorne stehen muss man hinten drin stehen ganz an der wand okay wie machen wir es mit timo muss irgendwie uns ein zeichen geben zeichen geben schießt einfach aber die zeit ist bei manchen leuten halt immer unterschiedlich so darf man schon einen bauplan in die hand nehmen warte ich werfe eine granate wenn die explodiert ok ja ok 3 warte ich war ja was damit ich warte pass auf das ist das was kommt vielleicht dann bei mir auch dicker das ding ist ich weiß nicht wenn ich schießen soll nein ich hätte einfach einmal in meinem leben nicht schocken dürfen auf ja ich habe ich habe es gibt es gibt ich habe es gibt in der Job gar nicht mehr so schlecht. Das sah echt krass aus. Das war mein Naseblut. Nein, Naseblut auch ziemlich hart, Digga. Ganz am Anfang hab ich mich auch direkt verbaut. Ganz am Anfang hab ich mich auch direkt verbaut. Digga, was wir hier für eine Construction gebaut haben, Digga. Wie ist schon heavy aus.